Hi Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Was haben ein Euro-Stück? Mein Daumen und das Gerät, was ich euch heute zeigen möchte, gemeinsam. Genau, sie sind extrem winzig. Und es soll heute um den Fambi gehen. Der hat nicht umsonst diesen tollen Namen, weil der klingt nicht nur wie ein Daumen, sondern er ist auch so groß. Und dieses Schmuckstück hier habe ich jetzt vom Kickstarter bekommen. Das ist die Spezialedition, die es in Gold gibt. Und den gibt es auch noch in unterschiedlichen Farben. Sogar in dem originalen Grau, wie damals der Gameboy aussah. Und wir gucken uns den jetzt hier mal an. Gleich vorweg, ich habe mich für Gold entschieden, weil ich dachte, dass es unglaublich schick aussehen wird. Und muss euch leider enttäuschen, denn wie ihr vielleicht sehen könnt, man sieht hier die Klebestellen sehr, sehr gut. Es ist mehr so ein Ockerfarben. Und guckt mal hinten, da ist wie so eine Rille, die sich da gebildet hat. Also ich bin nicht sehr zufrieden damit, wie die Qualität der Folie, der Farbe aussieht. Das spricht aber nicht generell gegen das Produkt, weil das ist wirklich lustig, das ist gut und funktioniert. Es macht das, was es soll. Und was es genau machen soll, zeige ich euch gleich. Wir gucken erst mal, was hier noch so dabei ist. Wir haben hier einmal einen Micro-USB-Slot. Den brauchen wir, um Spiele drauf zu installieren. Und zum Beispiel zwei Fumbies miteinander zu verbinden, dass man Tennis spielen kann. Dann haben wir hier oben einen An- und Ausschalter. Dann haben wir hier den A- und B-Knopf. Ein Steuerkreuz, welches in jeder Richtung funktioniert. Und Attrappen von Start und Select, die sind nicht echt. Da können wir nichts mit machen. Und wir haben hier für unseren Schlüssel einen Schlüsselanhänger dran. Oder jedenfalls einen kleinen Haken an die Tasche etc. Weil ihr den ja mobil sehr gut mitnehmen könnt. Die Tasten sind langsam so winzig bei diesem Gerät, dass man sich die Frage stellen muss, ob es überhaupt noch funktionell ist. Ich habe es ausprobiert. Viele Spiele sind echt fast gar nicht zu spielen. Und dieses hat auch nur selbst konfigurierte, selbst programmierte Spiele, die entweder von Entwicklern oder jetzt auch von findigen Kickstarter-Unterstützern kreiert werden. Leider kann man hier drauf nicht die alten Gameboy-Spiele oder sowas drauf installieren. Aber ich glaube, das wäre auch irgendwann mit der Größe von dem Screen nicht mehr zu vereinbaren. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich mache mal Start-Taste. Ich nehme jetzt hier direkt mit der Kamera den Screen auf. Es kann also sein, dass das ein Screen-Tarrowing ist oder dass irgendwelche Fragmente zu sehen sind. Da ist überhaupt nichts von auf dem Bildschirm. Der ist kristallklar. Wunderbare Qualität. Man kann alles lesen. Und wenn wir jetzt hier runter gehen, sieht man die Spiele-Liste. Und ich werde euch das Spiel zeigen, welches auch vorinstalliert war. Das müsste... Gucken wir mal, ist es das. Ja, Tiny Blocks. Und wenn wir da jetzt rauf gehen, werdet ihr dieses Spiel eventuell wieder erkennen. Drücken jetzt mal die A-Taste. Und fangen sofort an mit Start. Und das Layout-Design müsste euch bekannt vorkommen. Wir haben hier jetzt Tetris. Und auch hier mit dem A-Knopf können wir die Figuren ändern und müssen genauso wie bei Tetris eben versuchen, soweit es geht, die Reihen voll zu machen, sodass wir nicht nach oben kommen. Ich kann jetzt hier nicht viel sehen, was ich hier gerade fabriziere. Es sieht wahrscheinlich aus wie totaler Stuss, weil es doch Kamera ein bisschen weiter weg ist von dem Gerät hier. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, was hier mit dem möglich ist. Und ich sage mal, so für eine Minute im Arztwartezimmer oder in der Bahn ist das doch mal ganz gut geeignet. Und der ist jetzt für einen Handheld nicht sonderlich teuer. Den, sage ich mal, ich weiß nicht, ob es Indiegogo den jetzt schon gibt oder auf deren eigenen Seite. Also so als kleines Schmuckstück kann man sich den schon mal mit hinstellen. Zumal der mit einer tollen, ja, Gameboy-Hülle hier kommt. Genau. Und jetzt habe ich verloren. So. Ich kann ja noch mal zurückgehen. Wartet mal. Ich gucke mal, dass wir noch mal zur Liste kommen. Ein Spiel habe ich nämlich noch, was ich zeigen kann. Da werde ich aber wahrscheinlich gleich in der ersten Sekunde draufgehen. Oh, wie komme ich jetzt zurück? Äh. Okay, muss ich noch mal... Ich glaube, da habe ich einmal zu viel A gedrückt. Genau, wir müssen hier jetzt runter und... Es müsste Annelied sein oder Annelied. Mal gucken. Drücken wir mal. Ja. Das ist ein Spiel, welches euch sehr bekannt vorkommen sollte. Das ist nämlich Snake. Ah. Und mal runter. Und ihr seht, wir werden hier auch größer. Und dürfen die Wände nicht berühren. Und die mit den Tasten extrem schwer zu steuern. Oh, ich werde jetzt hier... Ja. Und Gameover. So. Und mehr ist hinter dem Ganzen hier nicht. Das macht genau das, was es soll. Ist eine kleine Minispiel-Konsole, die man mal mitnehmen kann. Für große Hände, große Finger nicht geeignet. Sage ich gleich. Also, ich empfinde meine schon für dieses Gerät hier viel zu groß. Und ich sage mal, wenn man jetzt sich die Spiele anschaut, die gibt es in größerer, besserer Form halt schon. Auf einem kleinen Gameboy-Handheld. Gibt ja dann eine ganze Menge mittlerweile draußen. Also, ihr müsst selber schauen, ob das was für euch ist. Ob so ein kleines Novum hier... Ich denke, es wird auch mit die kleinste Spielkonsole langsam der Welt sein. Ich glaube nicht, dass da noch so viel kommen kann. Und ist nicht wirklich was für jedermann. Einige können damit gar nichts anfangen. Für manche ist das so, naja, unnützer Plastikschrott. Ich bin der Meinung, sowas kann man mal ausprobieren. Finde es ganz lustig. Weiß ich nicht, ob ich mir jetzt einen Schlüsselanhänger ranmache, weil der Screen wird garantiert dadurch auch ziemlich leiden. Und muss ich mal gucken, ob es eine Schutzhülle dafür irgendwann mal gibt. Vielleicht sogar so eine kleine Schutzfolie, die man da auf den Screen drauf macht. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wollt ihr mehr von solchen Handhelds oder von Kickstarter sehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe nämlich auch noch einen, der ein bisschen größer ist, so ungefähr so groß wie diese Verpackung hier, wo man aber wirklich Gameboy-Spiele drauf spielen kann. Also eine richtige Emulation. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Macht's gut und ciao, ciao.